In den Bergen sterben weniger Menschen. Das geht aus einer Unfallstatistik des Deutschen Alpenvereins hervor. Obwohl immer mehr Menschen den Bergsport für sich entdecken, verunglücken immer weniger tödlich. In der Saison 2012 starben so wenige Mitglieder des DAV wie noch nie in den vergangenen 60 Jahren. Bergsteigen wird immer sicherer. Ein weiterer Grund für die wenigen tödlichen Unfälle? Das Wetter. Es gab weniger Tage, an denen Bergsteiger, Skitourengeher oder Wanderer unterwegs waren. Joachim Herrmann hat in Nürnberg das sogenannte Lkw-Leitsystem vorgestellt. Das ist ein Pilotprojekt entlang der A9 zwischen Nürnberg und München. Mit dem Leitsystem sollen Lkw-Fahrer zukünftig sehen, wo noch Parkplätze frei sind. So können die Fahrer ihre vorgeschriebenen Pausen einhalten, ohne verkehrswidrig zu parken. Das System soll Ende 2014 in Betrieb gehen und die ein- und ausfahrenden Lkw an über 20 Parkplätzen ermitteln. Dadurch kann dann festgestellt werden, wo noch Plätze frei sind. Der Flughafen München leistet bayernweit in diesem Jahr die beste Wirtschaftskommunikation. Das Ergebnis der alljährlichen Befragung des Wirtschaftsforschungsinstituts Dr. Döblin. 182 deutsche Wirtschaftsjournalisten waren sich einig. In Sachen professionelle Pressearbeit steht der Münchner Flughafen auf Platz 1. Die Pressearbeit sei kompetent, unkompliziert und kooperativ, so die Wirtschaftsjournalie. Warum die Unternehmenskommunikation so gut funktioniert, verrät der Leiter der Presseabteilung, Ingo Ansbach. Wir haben auch immer spannende Geschichten und es macht auch Spaß, das zu vermitteln. Und der Erfolg scheint ihm recht zu geben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 3. 3. 2. 2. 3. Vielen Dank.